Guten Morgen. So, heute ist Donnerstag. Zwei Tage für der Miss-Universum-Wahl. Die zwölf Wochen Wettkampf-Uberheilung. Letzte Trainingseinheit für heute. Schon wieder ist es vorbei, so schnell geht es. Aber wir haben danach noch einiges an Fotoshooting-Terminen. Noch mal drei Stück. Somit heißt es auch danach die Form noch halten. Und dann haben wir auch noch einen Auftritt im Fernsehen. Infos gibt es bald. Jetzt geht es erst mal ins Training. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Auf jeden Fall den Ländern, die ihn haben. Bis dann. Andreas Drinbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.